Das war, äh, jetzt kommt die Justice League Task Force. Ja, Task Force. Ja, gucken wir doch mal rein. Wir haben ja Acclaim, wie gesagt, damals haben nur gefühlt für den Firmen alles gemacht. Regenbogen kommt übrigens von LJN, ne? Sunsoft, ach, die schon wieder. Blizzard, was gab sie damals? Also ist das doch vielleicht ein gutes Spiel? Okay, das war Lizenzarbeit, ne? Mit übermenschlichen Kräften und WMDMH. Da wurde Firmen beauftragt, die Wand zu verteidigen zu tun. Macht da doch. Story, Kampf? Bette? Ist das ein Brawler? Ist das okay? Ja. Okay. Darkseid erklärt, ähm, äh, erklärt der Erde den Krieg. Alle Menschen sind unglücklich darüber. Aquaman. Batman, ne? Flash? Wonder Woman? Superman. Das ist natürlich Batman. Es ist übrigens, ein Verpflichten, Batman zu nehmen, wenn du die Wahl hast, Batman zu nehmen. Eine dumme Wahl sein, aber du musst es tun. Nicht, dass ich irgendeine Chance hätte, aber... aber da geht es nicht. Okay. Das. Das ist das, das geht als er hier in der Phase-Style besit... Das war Batman vs Superman, die Super Nintendo Variante. Wir haben damit J offiziell durchgespielt, Leute. Es geht weiter mit Fortspielen. Aber wir kommen jetzt langsam in die guten Sachen rein. Keine Sorge. Okay. Keine Gryffins Junior presentiert die EspoLiga. Dann seien wir alle tapfer. Nenntoto. Keine Gryffins Junior, aber sonst wie mehr Jolie. Unnormal. Das hier zeigt, ein sehr vorteilhaftes Bild von ihm. Ich weiß gerade nicht, wer wirklich aussieht. Das ist das Spiel, äh, World Series. Single Game. Einziger Spieler, nur ich. Doch, aber der Hinweis, ne? Ich habe wieder meinen Hintergrund ausgetauscht zu meinem normalen Stapel der Schande. Alles ein bisschen, äh, in der Sättigung runtergedreht. Meine Kamera auch. Damit da weniger Aufmerksamkeit auf das Zeug fällt, als auf die Spiele selbst, die präsentiert werden. Das heißt, das ist das Minimum, ne? Mehr schalten hier. So, Brownies, äh, was ist das? Broncos, Leiter, die Braves, Chicago Club, äh, Cincinnati Reds und die Rockies und die Florida Marlins. Und hier sind alle Crew-Pirates, da mal Piraten und die Gegner sind hier, das ist UBS. UBS. Ich wette, Baseball-Fans werden es durchdrehen. Ich habe aber keine Ahnung, was hier passiert. Playball. Achso, Playball. Welche Teste muss ich nehmen? Oh, cool. War möglicherweise richtig? Der große Mix-Lautner hat sich da bewegt. Und können wir sehen, in der Ecke, in der rote Punkt, läuft ein Hurl-One. Sieb. Stryke. Stryke. Yeah. Das war kein Stryke, aber seine Base weiter. Ah, jetzt muss ich den Ball werfen, das ist der Gegner. Da kommt natürlich ein Kaugummi, mit leichter Anspannung. Und ab dafür, wir haben es jetzt geschafft, wie weit fliegt der Ball des Gegners? Da kam zwei Basen. Und das habe ich ja beknüppelt. Und das Publikum freut sich, es hat einen Ball gefangen. Ganz gelassen latscht er zurück in die Base. Home Run. Richtig aus. Ah, ist das. Das können wir dir aber nicht rum. Oh, warte, wer dabei erwischt. Die quermond vorbei. Und du machst einen guten Lauf. Gefällt mir nicht so. Achso, ich kann den Ball holen. Das wusste ich nicht. Der blaue Punkt da unten auf dem Feld war ich unten rechts. Muss man nur erstmal wissen. Ah, der Ball wird da erwartet. Ich lauf nochmal hinterher. Ich hab den Ball. Ich schmeiß den Ball zurück. Weil ich das schwulen muss. Ich lerne gerade. Das gefällt mir nicht. Ich lasse ja heute jetzt einfach um. Okay. Und schmeiß. Mh. Nicht gut. Ich weiß nicht was hier passiert. Ich hab den Ball gefangen. Musst du auch wieder zurückwerfen oder so. Keine Ahnung. Ja. Stimmt. Klar. Bärms. Und zurück damit. Das macht mir Spaß. Das macht mir Sorgen. Das ist nicht das, was ich erwarte von dem Spiel. Wir machen auch den Razziteller hier. Er rennt davon. Safe. Hey. Was ich gerade tun. So Leute. Das war, äh. Baseball. Ich hab was euch gefreut. Äh. Keine Grip in the winning. Das ist wahrscheinlich eine andere Version davon. Gucken wir mal. Super Nintendo. Hat aufgelöst. Das war ein cooler Effekt. Rareware. Auch bekannt für coole Sachen. Wenn du Kazooie. Sehr tolle 3D-Animation. 90er Kids. Ticken gerade aus. Hätte mit mir vorhin auch bekommen. Und dann noch was. Okay. Legen wir mal los. Also sie haben von der Präsentation her eine ganze Schippel draufgelegt. Ich will gar nicht weiter machen. Das läuft eigentlich schon bereits von der Musik. Nein, nein, nein. Ich muss da wohl irgendwo starten. Ähm. So. Das kommt gerade echt noch rein. Aber wir nehmen die. Das fetzt. Yes. Ja, wir haben eine ganze Menge draufgelegt. Die haben echt eine ganze Menge draufgelegt. Cool. Yips. Ach. Verdammt. Sollte mir nicht gefallen. Sollte mir nicht gefallen. Ah, daneben. Ich schaff das. Mist. Wir fängst von Bruce Lee Wilkern ein. Was ist das für die Unterlippe? Ich habe irgendwas erreicht. Jetzt. Halt. Du bist weg. Du bist weg. Die Musik war geil. der ball so magnetisch in seinen baseball ich habe keine ahnung was passiert der geht mal weiter nehmen muss schon auf dem gras landen glaube ich ich muss nur zielen lernen aber wenn ihr ein retro spiel mit cooler musik hören wollt dann ist das euer ding wir uns mal an wer ist diese person dreht ab oh nein wer hat es erwartet ein magical girl aus dem jahr 1993 ich schlupse mal start so configuration was sind das für fücher sound was heißt das kann ich mal die musiken anhören ok das können wir uns auch im spiel selbst anhören das sollte gehen monitor test ich kann was sehen ich hoffe ihr auch ja es scheint mir so ok exit und garme start master osaki hat diesen netten kleinen hütte gefunden hier rennen wir mal glatt hin doch warum so ein eiler er will das wissen der glitzer man aus dem wald japanes größter erkennt du meister du kannst mich boppen nennen ja erkennt nicht den großen japaner boppen die wollen quasi äh menschen auslöschen und so die musik versputzen das ist so süß wo gehen die batterien rein werden auflagen und so zu auflagen aufnehmen warte mal ich kann es sehen Oh, jetzt komm ich da hin, okay. Kleine, fette Geister müssen sterben. Alle Katzengeister. Aber die sind so süß. Können sie einfach nicht tun. Wie tiefe ich da hin? Was ist das? Ah, ich bin da hinten irgendwo. Okay, holen sie hin da oben. Ich seh glaube ich wo die Platzgrund ist. Da so. Ich werde aber aufgeregt einen Super Schlag da oben machen. Nö. Was ist das? Reis? Ich benutze Reis? Wow. Warum warte ich auch noch einen super Kurs zu machen? Habe ich auch ein Ziel hier? Soll ich eine Kugel einsammeln? Oh, tot. Haha. Ausgemerzt. Wow. Okay, es ist ein Bär drin. Eine Bären, wunderbar. Ah, das ist ein Bär drin. Das ist ein Bär drin. Ah, das ist ein Bär drin. Ah, das ist ein Bär drin. Ah, das ist ein Bär drin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, ich muss mit einer Schiebeversion an meinem Leben kämpfen. Oh. 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 Königin. Ich habe kein Problem. Nein, großartig. Ich glaube, ich darf angezogen werden. Das ist ein ganz witziges Spiel eigentlich. Obwohl mein Problem ist. Ich habe viel Spaß dabei. Was tut mir? Das ist geil. Oh Gott. Das merke ich jetzt erst. Du musst ja schnell sterben. Uah. Das habe ich nicht gesehen. Ey. Das war's. Mein magischer Gegenstand wurde abgenommen. Und ich muss hier nur in der Welt sterben. Ohne dass jemand weiß, wo ich wirklich bin. Das war Kent Brage, ne? Probiert es doch einfach mal selbst aus, wenn ihr möchtet. Und wenn nicht, lasst es sein. Äh. Kid Clown in Crazy Chase. Tecmo. Lebt wohl. Haben wir alle Clouds-Nasen? Nein. Blackjack, der notorische Weltraumpirat hat. Seine Königliche Hobart-Prinzess. Ohne ich Planet. Ähm. Cloud. Hm? Hm? Unsere Freundin weggediebt. Oder irgendwer anders. Wir müssen sie retten tun. Wieder mal hübsche Grafik. Ohnein. 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 Ich muss schnell genug am Level-End sein und die Bombe, ha 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 ha. Was ist denn da los? Ohnein. … Na, ich bin nass geworden. Ich zeig mich doch nur auf. Eine sehr kleine Brücke, ich bin... Aus der Perspektive zu steuern ist einfach nur ein Krampf. Komm, schüttel das ab. Oh nein, ich bin auf einem oder anderen Part. Jetzt lass diese Animationen doch bitte sein. Jetzt sollte ich mir später mal dazu einen Speedrun ansehen. Vielleicht, äh... Ach, vielleicht hat das jemand sogar mal versucht zu spielen. Soll ich spielen, mache ich natürlich meinen Puls, was dachte ich an, ha? Ich trau mich, so ein Kid-Clown und laufe weiter. Hm. Ich werde einfach rüber drüber drücken, ich muss gar nichts machen. Kid-Clown, sie sind alle durch. Absolut gar nichts. Ist gerade anstrengend. Ich bin sonst schon einiger roter ... Lauf Das geht auch, okay. Komm mal raus, schneller, bitte. Ist das die selbe Karte, sag mal? Das kommt mir alles ja gleich vor. Man muss hier irgendwas machen, um das Spiel zu gewinnen. Dann reicht das, abblüßend levelst du dich aus. Hm, jetzt ist ja mal mit auf meinen Müster, ne? Äh, anstrengend. Ich bekomme schmitzige Hände dadurch. Hm, das ist echt blau, ne? Hast du ja keine Gedanken? Das muss so eine kurze Performance sein. Das haben wir gut gemacht, äh...